Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu Live for Strange. Ich habe das Spiel auf Twitch bereits weiter gespielt gehabt und dort gezeigt. Ich will euch aber nicht spoilern und werde mal gucken. Vielleicht spiele ich es hier auch noch mal ein bisschen anders. Und ja, schauen wir doch einfach mal was hier so passiert. So, wir sollen ihn auf dem Parkplatz treffen. Den Baron. Ein bisschen hilft mir jetzt natürlich, dass ich schon die Geschichte ein bisschen weiter gemacht habe. Dass ich auch ungefähr weiß, wo ich hin muss. Da wird ein bisschen Football gespielt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Es ist Max Caulfield, der Selfie-Hole von Blackwell. Oh, nein. Auch Marc, Mr. Jefferson, fällt für deine Waffe-Hipster-Bullshit. Ja, mit mehreren ist man natürlich stark. Ich glaube, dass du einen anderen Weg in die Dorm hast. Wir sind nicht los. Oh, warte. Halt das Post. So original. Keine Waffe, Max. Ich werde ein Vintage-Filter auf dem, direkt bevor ich es poste, über die Social-Medias. Jetzt. Warum gehst du dich auf deine Selfie? Oh, ja, Viktoria. Ich werde deine Böden aus meiner Weg raus. Hier war das noch. Wir müssen ja einen Weg finden. Um sie da weg zu kriegen. Das ist die erste und letzte Mal, dass ich das höre. Das ist die erste und letzte Mal, dass ich das höre. Ich könnte die Sprinklern auf und geben Viktoria und ihre Klonen die Inzente für ihn. Schön, dass das. Oh, okay. This main sprinkler valve looks easy enough to use. This main sprinkler valve looks easy enough to use. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Damn, I missed something. I better rewind. Okay, let's see if this works. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. No way! No fucking way! You okay, Victoria? Oh, Sam, you're sorry. Wet paint is not good for hair. Nope. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. Look at some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Haha. Haben wir's ihr gezeigt? Definitiv. Ah, Victoria. What do you want, Max? I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Jetzt ist sie auf einmal ganz handsam. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go-fuck-yourselfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Okay. So, dann werden wir mal schauen. Ein süßer Teddy. Eine Gitarre. Eine Gitarre. Home, sweet home. My favorite cocoon. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Okay. 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 Ich hab immer noch nicht herausgefunden, wie man diese Nachrichten liest. Aber egal. Okay. Warren even left me a little message with this flash drive. He's such a goofball. An Marx oder alle, die es interessiert. Der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal, Holocaust und Ultra Weixens. Peace, Warren, Geh. Aber irgendwie... but I can't help it I'm analog not digital I'm glad Kate let me borrow her copy of the October country I should have every Bradbury book for myself da ist ein Klebezettel genau den müssen wir glaube ich ansehen hey ich habe mir deinen USB Stick ausgeliehen um beim Lernen was schauen zu können wenn du ihn brauchst findest du ihn in meinem Zimmer so so Dana great now I have to look it's a flash drive from Dana's room you can't get out now Dana so tell me the truth or rotten there nah super welcome to the real drama queens of Blackwell hey Juliet is everything cool oh yes Max I've locked Dana in the room because we're cool what did she do what didn't she do Dana's been sexting with my boyfriend ouch how did you find out uh why do you care why are you even asking me you never talk just zone out with your camera that's why I'm talking to you now what's my last name Juliet Mason that was truly sad thanks for your concern Max Caulfield by the way Juliet Watson okay dann spulen wir das einmal zurück hey Juliet is everything cool oh yes Max I've locked Dana in the room because Juliet Watson you be nice I'm flattered I didn't even think you knew my name at all of course I do thanks I locked Dana in because she was sexting Zach my boyfriend unbelievable how do you know Victoria Chase you know her you could say that but why would Dana go after your boyfriend according to Victoria Dana would do anything to date a according to Victoria oh she saw the sext and Zachary won't answer his phone once Dana admits it she can go straight to hell Max I swear I didn't do anything but I said Victoria leave me alone Max get a clue so dann würde ich sagen wir gucken mal wo das Zimmer ist von dieser Dana ah ne Victoria genau da müssen wir hin wie praktisch dass es gerade offen ist und sie hat ja eine e-mail gesehen deswegen gehen wir direkt mal da hin so dann wollen wir das mal ausdrucken wie machen wir das jetzt so dann können wir das mal ausdrucken wie machen wir das mal ausdrucken wie so dann gehen wir ganz schnell hin Und ich hoffe so. Woher sie jetzt wusste, dass wir den USB-Stick brauchen. Oh, wo ist er jetzt hin? Cheerleader-Outfit? Okay. 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 I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Okay. Okay. So. Okay. Nee, ist doch alles... Habe ich jetzt den Stick schon oder habe ich ihn nicht? Anscheinend habe ich ihn. Ich muss sicher, dass alles noch da drin ist. Ich glaube, Warren vergessen, die Partybuster-Folder zu entfernen. Nicht, dass ich es öffnen würde, egal wie es es ist. Ich habe meine Selbstversprechung. So, den habe ich. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal wieder weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst gerne ein Like da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und vielleicht auch einen kleinen Kommi unter diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben! Also sehen wir jetzt...